Vielen Dank. Christoph Mummen und er steht sich gegenüber im Bantam-Gewicht 56 Kilogramm. In der roten Ecke für den Boxclub Straubing, Eckar Wald. Und in der blauen Ecke für den Fällworter Boxclub, Dennis Makarov. Alle Wertungskämpfe sind über drei Runden an drei Minuten. Ring frei. Runde 1. Ring frei. Vielen Dank. 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 ...